Lasset uns beten, Herr unser Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestört. Gib, dass deine Gläubigen diese Speise stets mit ganzer Hinterarbeit empfangen. Damit die Kirche aus der Fülle der Arbeit lebt, die der heilige Dominik uns verkündet hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Betten wir gemeinsam zum heiligen Jahrzehnt. Heiliger Jahrzehnte, verteidige uns in Kampfe gegen die Wohlzeit und die Nachstellung des Teures. Sein Zerstörung. Gott, gebitte ich, so bitten wir flehend dich. Du aber, fürst der himmlischen Herr an, stoße den Satan und die anderen grüßen Geister, den der Welt in der Erde und der Seelung zu verwerfen, durch die Kraft Gottes in die Höhe. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Herz. So segne und behüte, stärke, geläte und erleuchte, heile und befreie euch und neue Euren, der allnichtige und am Herzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 Amen.